Sie sind hier, 30. Juni 2018, 12.20 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Lukas Klostermann weckt Begehrlichkeiten in der ewigen Stadt Urheberrecht, gett die Images, wird Lukas Klostermann ein Römer? Wie italienische Medien berichten, weckt der Verteidiger von RB Leipzig große Begehrlichkeiten bei der AS Rom. Der italienische Erstligist AS Rom lockt den Leipziger Lukas Klostermann auf den Abpinnen. Der 22-Jährige ist Wunschkandidat von Roms spanischem Sportdirektor Monchi, schreibt der Corriere dello Sport. Monchi sei bereit, eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den Verteidiger zu zahlen. As Rom buhlt inzwischen weiter um den tschechischen Nationalspieler Pavel Kader-Abek vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Dem 26-Jährigen sei bereits ein Vierjahresvertrag angeboten worden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro.